Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh, scheiße brummt mir der Schädel. Zauberer, hier ist P3. Bitte melden. Sergej, ist alles in Ordnung, mein Junge? Mir geht's gut, Boss. Aber hier stimmt so einiges nicht. Was immer es auch ist, es muss schon vor einiger Zeit begonnen haben. Victor Petrov ist der Grund. Er ist ein Verräter, der sich in den Zentralhub von Kollektiv gehackt und den Angriff der Roboter auf den Mitarbeiter ausgelöst hat. Petrov hat die Zugangscodes für die Übertragungsstation. Finde ihn und bring ihn mir lebend. Verstanden. Das Ziel ist Victor Petrov. Meine Mission besteht darin, ihn zu finden und zu dir zu bringen. Ganz genau. Ende. Verstanden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Na klar, aber ich verschenke nichts. Unter uns ist ein Komplex. Wenn du ne Waffe brauchst, zieh dich dort um. Der Vavilov-Komplex. Da will ich eh hin. Ah, heute ist dein Glückstag. Ich geh auch dorthin. Ist ziemlich sicher. Verdammt, eine Pchela! Verdammt nochmal! Wir haben 30 Sekunden! Beweg dich! 30 Sekunden und dann? 30 Sekunden und wir sind am Arsch, Söhnchen! Aber so richtig! Klapp nicht! Komm her, du Muskelpaket! Nein, 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 nein! Dreh diesen Schlüssel im Uhrzeigersinn! Uhrzeigersinn, Idiot! Ah, genau so. Ich halte sie in Schach. Wow, ne ordentliche Waffensammlung! Was hast du vor? Los geht's! Ihr geht mir jetzt schon seit zwei Tagen auf die Eier! Nimm dies! Fress Scheiße und sterbt! Verdammt! Roma! Wo hast du das Ding her? Vergiss es! Du nimm mal den Schlüssel! Ich nehm das! Einige Scheiße! Du nimmst dich! Spannbar! Vist du nimmst? Du nimmst dich, Katherine. Du nimmst dich! Du nimmst dich! Wer ist gekommen? Was für eine gottverdammte Riesenscheiße. Wir müssen einen Weg finden, um diese gepanzerte Tür zu öffnen. Verstehe. Verstehe. Herr Sonnenberg, ich bin die Programmiererin. Mein Name ist Ekaterina Wischniewskaja. Es gab einen Zwischenfall im Wawilow-Komplex. Roboter haben angefangen alle zu töten. Ich bin im Moment... Hey! Wer ist da? Sie haben mich gefunden. Bleibt weg! Ich habe eine Granate! Hier spricht Oberfeldwebel Ibrahimov. Ich bin ein Mensch. Du musst mitkommen. Hier ist es gefährlich. Erschwinde, du Monster! Nein, hör doch zu! Dreharmkrieg, versöffne die Tür! Was ist zur Hölle? Halt durch, komm ich! Halt durch, halt durch! Genossen. Experimentdaten müssen jetzt. Die Halt durch... Die Halt durch! Die Halt durch! Das ist ja! Das ist doch, was ich? Das habt ihr doch! Das ist ja auch, was ich auch. Und die Maschinen erhoben sich aus ...dass ich dir einen Ratschlag geben? Ich hab grad viel um die Ohren! Versuch den stärkeren Roboter-Angriffen auszuweichen! Die sind alle stark! Markangriffe, die ein Roboter wären, eine verstörte Roboter, enthalten ein reanimierendes Neuropolymerpräparat namens Neuromed. Nimm die Neuromed-Kapsel heraus und heile dich damit. Majo, es könnte... ...schaden, die anderen Ressourcen aufzusammeln, die du findest. Darf ich daran erinnern, dass du über einen Yarova-Abalakov-Spezialrucksack verfügst, um Gegenstände und Ausrüstung zu verstauen? Er verwendet eine Quantensingularität, um deponierte Gegenstände zu schrumpfen, die dann beim Herausnehmen wieder auf Originalgröße gebracht werden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Als sowjetischer Wissenschaftler habe ich mich immer als Atheist betrachtet. Doch im Moment kann ich nur eines sagen. Möge Gott unserer Seelen gnädig sein. Wir haben die Magnettür zum Seilbahntunnel verschlossen. Doch ich weiß nicht, wie lange wir die Roboter im Komplex halten können. Hey, Ivan, bilde ich mir das ein? Oder hat sich der Busch da gerade bewegt? Niemand! Niemand! Victor, mein Schatz. Es ist zu gefährlich, weiterhin solche Nachrichten zu hinterlassen. Das hier ist die letzte. Mach dich bereit. Ich sammle mein Papierkram zusammen und komme dann sofort nach. Wir lassen diesen Albtraum hinter uns. Für immer dein, Larissa. Scheiße, warum ist hier alles abgesperrt? Als die Roboter anfingen, Menschen anzugreifen, wurde der Notfallmodus. Hier stimmt was nicht. Oh, Scheiße! Musik 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 Untertitelung. BR 2018